So, sowas im Fernsehen zu machen. Das sieht in vier Tagen schon ganz anders aus. Nein! Nein! Oh mein Gott, ist das peinlich! Oh mein Gott! Ich schwör es euch! Der Bruder sitzt jetzt da drin? Ich will nichts verkehrtes sagen. Aruna schreibt, der hat den Trostpreis gewonnen. Aruna, hör auf mit so ner Scheiße!